Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Pizza à la L.U. Eitel, Pizza à la L.U. Für sechs kleine Pizzen oder zwei Backbleche werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Pizzateig oder ein Fertigprodukt aus dem Handel. Sechs große weiße Zwiebeln. Sechs bis zwölf Knoblauchzehen. 300 bis 400 Gramm Mittelalter Gouda. Sechs bis zwölf Esslöffel Kapern. Zwölf bis 18 schwarze Oliven. Drei bis vier Esslöffel kaltgepresstes natives Olivenöl. Getrocknetes Majoran. Frisch gemahlenes Meersalz, frisch gemahlener schwarzer oder weißer Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Zwei Backbleche oder sechs runde Formen. Backpapier, Gemüsehobel, Käsereibe. Zubereitung Den Pizzateig erstellen. Das Backrohr auf 250 Grad Celsius erhitzen. Den Teig halbieren oder in sechs Teile zerteilen. Die Backformen mit Backpapier auskleiden. Den Teigbatzen in die jeweilige Backform mit den Händen hineindrücken. Immer für einen erhöhten Rand sorgen. Knoblauch schälen, in Scheiben schneiden und über die Pizzen verteilen. Die Oliven halbieren, die Kerne entfernen und über die Pizzen verteilen. Die Kapern unter Wasser kurz abspülen und auf die Pizzen verteilen. Die Zwiebel schälen, mit Hilfe des Gemüsehobels in Scheiben hobeln und über die Pizzen verteilen. Den Käse würfeln und über die Pizzen verteilen. Würzen und mit dem Olivenöl beträufeln. Die Form in den Ofen schieben und in circa 20 Minuten kusprig backen. Als Beilagen eignen sich Insalata Mista Oliven bereitstellen Chilischoten oder Peperoni bereitstellen Glas trockenen Rotwein Typ Badolino Barolo Chianti Classico Die Pfeffermühle Diese Varianten gibt es Ideal zum Backen wäre ein Steinbackofen Temperatur bis 340 Grad Celsius Den Teig mit Gewürzen, zum Beispiel Majoran, Rosmarin, Thymian, Knoblauch, parfümieren. Nach dem Backen, die Pizza mit frischen Basilikumblättern garnieren. Rezepte für weitere Pizzen Pizza Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Outro Leo Walt Tat